Die traditionelle Küche dominiert nach wie vor gegenüber Veganem oder Vegetarischem, betont Lorenz Wedel, Chef des großen heimischen Lebensmittelhändlers in dessen neuem Essensreport. Weiters markantes Ergebnis der Umfrage unter 1500 Österreichern, die Mehrheit ernährt sich nach wie vor recht traditionell und konservativ. Es kommen also vor allem klassische Gerichte wie Spaghetti, Schnitzel, Gulasch, Größel, Pizza etc. am häufigsten auf den Tisch. Und das sowohl in der heimischen Küche als auch bei Restaurantbesuchen, werktags und am Wochenende. Bevorzugt wird dabei immer noch die österreichische Küche, sprich Hausmannskost und italienische Küche. Auffallend ist laut Hanni Rützler, dass immer mehr Männer selbst kochen und der kulinarische Wertewandel zunehmend von der jüngeren Generation getragen und geprägt wird. Für diese sei flexitarisch, also ausgewogene gesundheitsorientierte Ernährung mit weniger Fleisch, das neue Normal, zwischen Herd, Kochtopf und Teller. Rützlers Resümee, die österreichische Esskultur wird mit neuer kulinarischer Vielfalt bereichert, die gastronomischen Angebote werden immer klimafreundlicher. Studienleiter Christoph Antretter begrüßt, dass Regionalität am Teller an Bedeutung gewinnt.